Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MyTime in Portia. Wir starten jetzt mal ganz kurz in die Stadt, gehen dann zu einem Pauly, fragen ihn nochmal um ein Date, verpissen uns dann wieder und gehen in die tiefste Mine. Das ist jetzt gerade der Plan. Weil sonst haben wir heute irgendwie wieder mal nichts in der Stadt zu tun. Aber naja, ist ja schon fast Normalität. Und ich meine, dann kann ich ein bisschen aus der tiefste Mine so ein bisschen Stuff mitbringen, ist ja auch nicht so schlimm. Pauly! Wie steht da nicht die Schule? Ah, die Schule steht wieder, Leute. Die Schule steht wieder, das ist mir gar nicht aufgefallen. Seit wann? Wenn euch das aufgefallen ist, seit wann? So, haben wir morgen wieder eine Verabredung. Fast. So, dann steigen hier so ein Stuff. Und fahren einmal hier oben in die düste Mauerruin. So. Ja, wir sind ja hier gerade schon richtig in der Weihnachtszeit. Ich hoffe, ich bin zu der Zeit auch richtig in der Weihnachtsstimmung. Derzeit haben wir noch nicht Weihnachten. In meiner Welt haben wir gerade Ende September. Also Weihnachten ist noch so ein paar Monate entfernt. Ja. Keine Ahnung, letztes Weihnachten war ja richtig die Katastrophe. Da war ich null in der Weihnachtsstimmung. Aber jeden Tag mit einem Scheiß-Adventskalender mit euch aufgemacht. Hätte ich ja gerne auch einen Livestream gemacht. Aber ich glaube, für YouTube braucht man irgendwie mindestens 1000 Abos. Das wird das machen. Alter, was halt hier für Mistviecher hört es aus, hier anzugreifen. Ist da drin nix. Ja, was drin ist dann wahrscheinlich. Boah. Stell dich nicht vor mir so hin, die scheiß Kieferhahn. Ich hasse diese Viecher. Aber wir haben Tierverdrückung, was echt widerlich ist. Aber wir können die Zeit nicht so schnell, was echt widerlich ist. So, Kieferhahn stirbt. So, aufgegangen. Hurang. Erst wer hätte denn das gedacht? Was wirklich cooles? Drei Saphiren. Ich sehe ganz viele Titanium-Blatt in meiner Zukunft. Yay. So wieder ein bisschen Wacker. Ich bin auch schon gespannt, wann ich da mein Ehring für die anderen zwei bekomme. Weil irgendwie war das ja Anfang des Monats, wo ich mir Bescheid gesagt habe, dass es es braucht. Und ja, und der Messie-Röse-Mann kommt jetzt in so zwölf Tagen. Na, die Hälfte vom Monat haben wir schon. Und so wirkt das halt mit irgendwas zu tun. So, mein Gegner. Irgendwo gibt es Gegner. Ja, hinter mir gibt es Gegner. Okay. So, das maskierte Scheiße. Ja, sie ist tot. Uh, wir haben so einen Ring gekriegt. Von den Kiefern. Cool. Okay, alte Teile brauchen wir auch nicht mehr. Also, das war so ganz am Anfang, wo wir die gebraucht haben und nicht hatten. Und wir sehe echt den Überfluss. Okay, wie der verdichtete Energiestand brauche ich jetzt auch nicht. Gab es auch mal eine Zeit, wo wir die voll nötig gebraucht haben. Musst du mich hier in der Schatten so. Der Kimi-Heini töte mich schon nicht. Hör auf, nach mir zu schießen, du Arsch. So tot. Wird das Schwert irgendwie stärker oder werden die Gegner nicht mehr so stark? Vorher habe ich teilweise die zweimal angreifen müssen mit dieser übelstarken Attacke. Und jetzt einfach so einmal und dann war es das. Vielleicht wird das, er wird ja immer stärker, je öfter ich es benutze. Das wäre natürlich nice. So. Dann gehen wir mal. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das Ardit war, der mysteriöse Ritter oder nicht. Es spricht halt viel dafür. Aber keine Ahnung. Es ist irgendwie, dass das halt keiner auch gecheckt hat. Also deswegen würde ich ihn halt gerne heiraten. Och ne, jetzt sind wir in der Assi-Ebene. Nein. Okay, hier gibt es einen Automaten. Ich benutze mal das untere. Okay. Eins. Wacker. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen diese tiefste Ruine überhaupt hat. Aber scheinbar ein bisschen mehr. So, wieder ein Springtänzer. Wenigstens sind hier noch nicht die Assi-Gegner, sondern nur die Stage von den Kälten nur durch. Nein. Nein, ich werde direkt beschossen. So. Och, wie viele Gegner sind denn da? Das schaffen wir doch nie in der Zeit. Boah, eine Brotrate. Was für ein Kack. Und jetzt down. Scheinbar war es das aber noch nicht. Okay, du lebst noch. Okay, jetzt ist es offen. Das kriege ich jetzt hier gespawnt. Okay. Das ist hier kurz vor dem Ausgang, das ist hier dann gespawnt von dem Teil. Okay. Kann man ja mal machen. Wie viel Uhr ist 20 Uhr? Aber das heißt, ich muss so ein bisschen da durch. Hä. Okay, ich habe eigentlich versucht, mich zu drehen. Okay. Das ist so ein Springtänzer. Das ist so ein Duna. Aber ich glaube, das spawren gleich nochmal was. Ich glaube, das war es jetzt nicht. Nee, war es auch nicht. So, was seid ihr? Ich finde es halt scheiße, dass die halt dann noch irgendwo spawnen und ich gehe weg von meiner Fresse. Okay. Okay, noch eine Bombschutrappe. So. Noch irgendwo Gegner. Ja, da oben ist noch ein Mastetierter Schäußer. Das war also jetzt noch ein Gegner, oder? Ja, das war es gut. Was haben wir hier? Eine Schatztruhe. Ach, drei Saphire. Schön. Drei Saphire. Ach ja. Irgendwann werden wir uns dankbar sein, dass wir so viele Saphire haben. So. Du, das ist schon mal dauernd. Okay, da sind noch zwei von der Folli-Wirken. Aber ich mag das nicht, dass die hier immer so auf einen Blick dann verschanzen. Okay, ich kann die dann reinchirurgisch mit einem Schacke hin. Okay, wo gibt es denn das nächste? Da. So, und der andere noch. Okay, das war es nicht. Aber hier gibt es noch welche. Geil. Okay. Down. Eine Rotratte. Müssen wir schon fast wiederhielen. Also in diesem Dungeon da, also irgendwie ist es cool, aber irgendwie ist es auch voll nervig, weil man sich halt beeilen muss, irgendwie nicht mehr zu killen. Und teilweise spawnen die halt dann ja auch richtig beschissen. Es passt. So, dann laden wir uns noch ammo voll und dann geht es weiter. Weil ich möchte jetzt nicht meine Sachen aufbrauchen, die ich dabei habe, weil ich meine, wenn irgendwo nochmal ein schlimmerer Gegner kommt oder so. So, bestätigen. So, bestätigen. Hä? Klingt das nicht? Hätte gern das da. Bestätigen. Okay. 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 und da unten sind noch die schlimmsten ratten offen eines nicht offen wo ist hier noch der letzte gegner ernsthaft da vorne kommen noch gegner wie soll ich das in rang s schaffen hätte es immer noch nicht offen was ja cool ich werde niemals in rang s schaffen hier hat uns flüssigkeit und schmiermittel wenigstens als wir die noch gebraucht haben bis sie das noch so ich gehe jetzt aber auch raus lassen dann geht es wieder nach hause morgen ist auch wieder ein tag können wir dann auch wieder da reingehen vielleicht kommt irgendwann mal wieder coole missionen wo ich auch irgendwas tun muss und nicht halt den ganzen tag zu einmal hause so geil meine hartholz sind fertig gewesen okay dann machen wir als nächstes mal eisenholz die immer wieder du läufst du läufst du läufst du läufst mir auch noch 20 stunden nur noch okay wollen wir eine pause bahn ja da kann man schon ein paar machen ein tag zwei tage fünf tage eine stunde haben wir noch stein zählen eigentlich nicht kommen wir machen doch alles coole ja und 20 einfach mal ein bisschen heißen von wichtig war dass wir mal irgendwas hergestellt haben und jetzt ist einfach so vor wenn wir es nicht erstellen ist es eigentlich auch egal machen wir mal quali leder so dann räumen wir mal alles weg und dann gehen wir schlafen ja perfekt ziehe ich mich natürlich nach unten mein date morgen ich sehe gerne ganz normal aus so perfekt dann gehe ich jetzt schlafen und verabschiede mich bei euch ein bisschen das nächste mal wieder wenn es weiter geht bei my time report hier bis dahin tschüss 안녕 bei euch